Der erste Arbeitstag Heute ist ein wichtiger Tag für Lisa. Sie hat ihren ersten Arbeitstag in einer neuen Firma. Lisa ist aufgeregt und ein bisschen nervös. Sie hat Angst, dass sie Fehler macht. Lisa muss viele neue Dinge lernen und ist manchmal überfordert. Schließlich schafft es Lisa, eine schwierige Aufgabe zu erledigen. Ihr Chefin ist sehr zufrieden mit ihr.